Hans Jaray war ein österreichischer Schauspieler, Regisseur und Autor. Leben Hans Jaray wurde als Sohn eines Architekten geboren. Seine Eltern ließen sich während seiner Kindheit scheiden, so dass der spätere Schauspieler teilweise in der Obhut seiner gottesfürchtigen Großmutter in Gemunden aufwuchs. Er besuchte während des Ersten Weltkrieges die Internatsschule Friedberg-Institut in Dresden und später das Theresianum in seiner Heimatstadt, wo sein schauspielerisches Talent erstmals entdeckt wurde. Gegen den Widerstand seines Vaters, jedoch mit Unterstützung von Mutter und Stiefmutter bewarb sich Jaray mit Erfolg an der Akademie für Musik unterstellende Kunst. In seinem Jahrgang befanden sich U. R., Paula Vesely, Käthe Gold, Karl Parüla, Albin Skoda und Siegfried Breuer. An der Seite von Paula Vesely spielte Jaray bis zu seinem Lebensende immer wieder Theater. Auch privat waren beide liiert. Die Beziehung endete jedoch nach einer Affäre Jarays mit Marlene Dietrich. Dennoch blieben sie freundschaftlich verbunden. Jaray fungierte als Trauzeuge bei Veselys Hochzeit mit Attila Hörbiger. Auch Karl Parüla wurde ein Freund fürs Leben und er wählte Jaray als Taufpate seines Sohnes Michael. Seine erste Hauptrolle spielte Jaray noch als Student an der Seite von Albert Bassermann in Traumulus von Arno Holz und Oskar Jeschke am Wiener Volkstheater. Sein erstes fixes Engagement führte ihn an die neue Wiener Bühne, danach von 1925 bis 1930 an das Wiener Volkstheater, wo er vor allem Rollen des klassischen Repertoires verkörperte, von Hamley bis Medardus. 1930 holte ihn Max Reinhardt ans Theater in der Josefstadt, wo er bis 1938 tätig war. Jaray schrieb auch selbst eine Reihe von Theaterstücken. Sein erstes Lustspiel »Erste Geraldine – Ein Engel« wurde unter dem Pseudonym Hans Honig mit Jaray und Vesely in den Hauptrollen als Weihnachtspremiere in der Josefstadt aufgeführt. Durch seine Darstellung des Franz Schubert in dem Willy-Fost-Film »Leise flähen« »Meine Lieder« wurde Hans Jaray auch zu einem der bekanntesten Filmschauspieler in Deutschland und Österreich. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland musste er als Jude mit seiner damaligen Lebensgefährtin Lili da was über Zürich und Paris in die USA emigrieren und arbeitete bis 1948 an Theatern in Hollywood und New York. 1942 war er einer der Mitbegründer der vor allem ausgeflohenen Schauspielern bestehenden Truppe »The Players from Abroad«. Sein in den USA 1948 unter dem Titel »One Day Missing« veröffentlichter Roman erschien 1949 in deutscher Sprache als »Es fehlt eine Seite«, sein kurz vor dem Tod geschriebener Lebensbericht »Was ich kaum erträumen konnte«, wurde erst 1990 posthum veröffentlicht. 1948 kehrte Jaray nach Wien zurück. Er trat zuerst am Volkstheater und ab 1951 am Theater in der Josefstadt auf, an dem er später auch inszenierte. Neben seiner Theaterarbeit, wo er vor allem in Boulevardstücken auftrat, wirkte Jaray auch wieder bei Filmproduktionen mit. Von 1954 bis 1964 unterrichtete er am Max-Reinhard-Seminar, dessen Direktor er 1960 kurzzeitig war. Hans Jaray wohnte zuletzt in Wien 3 Reisnerstraße 21. Sein ehrenhalber gewidmetes Grab befindet sich auf dem Hitzinger Friedhof. Auszeichnungen Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst i. Klasse 1964 Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold 1973 Großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1976 Ehrenring der Stadt Wien 1981 Verleihung des Titels Kammer Schauspieler Ehrenmitglied des Theaters in der Josefstadt 1986 Werke Ein feiner Herr Lustspiel in drei Akten Als Unverkäufel Bühnenmanuskript Vervielfältigt Eirich Wien 1932 UBW Erste Geraldine Ein Engel Lustspiel in drei Akten Als unverkäufliches MS Vervielfältigt Eirich Wien 1933 UBW Christiano Zwischen Himmel und Hölle Schauspiel in sechs Bildern MS Eirich Wien 1933 ÖNB Blaue Wolken Komödie in sechs Bildern MS Marton Wien Berlin London 1936 ÖNB Ping Pong Lustspiel in drei Akten Als Bühnenms Vervielf Eirich Wien 1935 UBW Liebesheirat 1937 Lustspiel Es fehlt eine Seite Roman Erschien 1948 in New York U D T One Page Missing Cholney Wien 1948 ISBN 3776611413 ÖNB Was ich kaum erträumen konnte Ein Lebensbericht Mit 40 Fotos sowie Verzeichnissen D Theaterauftritte Inszenierungen Bühnenbeer U Filmrollen Amaltea Wien München 1990 ISBN 3-85002301X Filmografie 1927 Die Liebe der Jean Ney 1931 Kaiser Liebchen 1931 Der Bettelstudent 1933 Leise flehen meine Lieder 1934 Peter 1934 Ball im Savoy 1935 Letzte Liebe 1935 Hoheit Tanztwalzer 1936 Marie Basch-Gürtseff 1936 Fräulein Lilly 1937 Der Pfarrer von Kirchfeld 1941 Ein Frauenherz vergisst nie 1947 Carnegie Hall 1952 Frühlingsstimmen 1964 Kolportage 1969 Der Kommissar 1977 Fedora Benjamin escola Wim 1937 Frühlingsstimmen Bundeskoller 1937 Jahrhane 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 Untertitelung des ZDF, 2020